Bro, ich kann sowas nicht anfassen. Oh mein Gott, das kreilt sich fest. Das muss nix heißen. Soll noch eins? We're the Zeit um Vlog zu starten, ha? Tja, was soll ich sagen? Manchmal kommt's so, wie's Leben nicht einem spielen tut, sondern wie's den anderen auch immer zufliegt, sag ich. Wir fahren jetzt zu Rob, da treffen wir dann Sascha 187, für immer. Kevin. Ich lutsche *** hier. Ich dachte, ich vlog das einfach mal, weil in den nächsten Tagen passiert richtig viel verrückte Sachen. Und ich dachte, naja, dann film ich das einfach mal, um euch zu zeigen, wie mein Alltag so ist. Das ist mein Hund, das ist Akani. Akani, mach Sitz, mach Sitz und gib Pfote. Pfote? Was, Bruder? Pfote? 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 Du bist dumm, du kannst wirklich gar nichts. Pfote? 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 Danke für nichts, Bro. Das wär so, als wenn ich dir die Hand hinhalte. Und da willst du checken und ich zieh einfach weg. Dankeschön. Danke, Mann. Würdest du mitkommen? Ich hab das Gefühl, du sprichst kein Deutsch. Ey, Dicker, sorry, ich hatte gerade ein Skorpion auf meiner Hand. Kannst du nicht in deinen Arsch decken? Nein, den Skorpion? Skorpion? Mach du auch für deinen Klo. Glaub mir, du überlebst es. Okay, zeig ihm dieses andere Ding. Den Kollegen. Pass auf, ich nehm die Kamera. Der ist anders. Nein, 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 nein. Pass auf, ich kann sowas nicht anfassen. Nein, no joke. Pass auf, ich hab Angst, dass ich da drauf schlage, Alter. Nein, nein, mach du nicht. Setz ihn hier oben auf deinen Kopf. Fass dir das mal an, dass du weißt, wie die es ist. Bro, es ist nicht so schlimm. Sind die teuer? Kann man das, kann man das essen? Sind die teuer? Jo. Meinst du, mein Hund will das essen? Ja. Fass dir das mal an, pass mal an, dass du weißt, wie die es ist. Oh mein Gott, das ist so fucking weird. Du kannst gleich füllen, dass die ziemlich große Kralen hat. Die wird sich festkralen. Das ist easy, oder? Ich weiß es nicht, Alter. Doch, du weißt es, komm. Das wird schon. Oh mein Gott, das kralt sich fest. Die läuft jetzt rüber. Okay, und was macht die so? Die kann nichts machen. Die kann einfach nichts. Was ist ihr Ding so, also was macht die so? Fressen und ficken. Einfach dein Leben, Bro. Nur ohne ficken halt, ne? Sticht ein Skorpion? Die können stechen, ja. Und ist es giftig? Die ist giftig wie ne Wespe. Bist du allergisch? Das ist so... Oh mein Gott, er fällt runter, oder? Es fängt an. Es fängt an bei Name. This is so fucked, dude. Oh, moin. Ich esse gerade einen Veggieburger. Ich würde eigentlich lieber gerade in Ruhe essen, Mann. Ich werde es so daneben schlagen. Ist das gut? Das ist normal. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh, ich bin Sterngang. Glückwunsch. Glückwunsch. 2-7 heißt doch. Ja. Ja, nicht heißt doch, aber... 2-7, schlag mich, komm. 2-7, schlag mich. 2-7. 2-7, schlag mich. Komm, komm, komm. Boah, das ist das. Sascha. Ich bin gar nicht so ein Lauf, wie ihr denkt. Doch, nicht. Meinst du, man kann es treten? Ja, ja. Kann man auch. Ja. 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 Okay. Okay. Ich komm nicht so hoch. Du kommst nicht rein? Ich will schon mal sehen. Meinst du, ich komm so hoch? Eigentlich schon. Man kriegt es aber nicht rumgetreten halt. Das kann man machen. Ja. Ja. Das hat ich ruhig gefällt. Warte, warte, warte. Das war ich, das war ich. Kommt, der wusste ich mir faust. Okay, fertig. Nix heiß. 2.550. Also entgegentreten hat keiner noch vernünftig geschafft. Mit Drehklick, ja. Ja, siehste, das hab ich nämlich auch. Du hast keine Power. Wie viel hast du? Ja, 2.7, was heißt 2.7, 4 oder sowas. Hast du mit der Faust gemacht? Ne, mit meinem Schwanz. 1.000 zu dritt. Okay, Alter. Junge, richtiger Hauptschulschläger. Ja, hier. Bo, 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 bo. Okay, mehr. 2.650. Ja doch, der könnte höher sein. Oh ey, dein Rekord wurde gebrauchen. Ein Wurf, 50 Euro. Nein, 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 nein. 18.637. Oh, schau, schau. Ist so in Ordnung, ist so in Ordnung. Hey, ich studiere BWL, weil wusstest du das? Ich fahre. Ja, ich fahre. Ja, ich fahre. Ja, ich fahre. Lass es sein, Rivi. Hey, du kommst hier gerade. Guck mal, sie kommt hier rein. Hast du schon mein Pony gesehen? Ich hab ja eine eigene Pony geschnitten. Das sieht so geil aus, oder? Noch mal was? Ne, ich nehme Wodka. Habt ihr noch? Boah! Boah! Oh, oh, oh. Ich fahre uns auf Luziano-Konzert. Boah, 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 boah! Ich gebe ihm his best line. His best athletic. That's nice. Ah! Wieso können wir nicht mal eine größere Küche in? Boah, 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 boah! Boah, boah, boah! Boah, 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 boah! Musik Das ist so krass, ist es? Ja. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, bin ich amazed, wie sauber es hier ist. Obwohl die Wettstörtenverbindung ist. Schau an das. Es sieht aus wie eine fucking Kirche, oder? Ja. Also, was passiert? Wir kommen da hin. Komm mal. Das ist wie der Hausgott. Der da kann. Mit meinem Herz. Wir haben hier unser Musikvideo gedreht. Wir gehen mal ganz kurz nach unten und ich zeig mal kurz den Partyraum. Und Micha müsste ja auch irgendwo sein. Wir gehen mal ganz kurz nach unten. Okay, was die hier haben. Ganz wild. Oh, was der? Das ist nur für puken. Wenn ihr nicht so viel trinkt, könnt ihr puken. Okay, hier haben wir unser Lizardmann-Video gedreht. Also, wir werden beim Rafe jetzt nicht mehr teilnehmen. So sieht es hier aus. Wir müssen viel Bier in und dann schießt es in unsere Mose. Das ist der Trishter. Hast du einen Trishter? Nein. Warum sehen wir dann hier? Wieso? Willst du das nicht kurz erklären oder? Nö. Wir lassen es einfach. Ja, wir lassen es. Das hat vielleicht kein Geld. Was? Ja, Sarah, du nimmst falsch vor. Sarah, du musst anders umdenken. Du musst halt kurz. Wirklich? Wenn du so denkst. Jeder, der hier wohnt, hat so einen Schlüsselfilmser. Wollen wir kurz drüber sprechen oder reden wir nicht über das auch nicht? Ich weiß nicht, wo die sind. Der neue Notebook-Merch ist raus. Jetzt kommt gut. Egal, so. Ist er halt wahr oder? Ne, ich bin Fan. Ich bin Fan. Das ist dumm. Das ist dumm. Ne, lass den dran. So her. Welcome to my dungeon. Du magst es? Wir sehen uns bald. Wir haben uns. Okay. 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 Auf. Okay. Diese Aussicht hier oben. Eigentlich, ganz ehrlich, hätten wir jedes dumme, not so coole Video hier oben drehen müssen. Eigentlich gut. Lass einfach mal wirklich ein Video nur hier oben drehen. In dem Outfit bitte, okay? Ja, wir müssen nie über das Video reden, ne? Steht an. Oder nackt. Buss. Okay. Wir sind wieder zu Hause aus Aachen. Wir beenden jetzt dieses wunderschöne Video. Some last words? Yes. Thank you so much for watching. Wir lieb!